Willkommen zu einer weiteren Folge. So, wir haben ein weiteres Lagerhaus übernommen. Wir machen jetzt dieses Mal kurz. Die sind mich doch nicht mal. Ah, ja. Wir gehen durch. So, jetzt haben wir ja, glaube ich, alle Familienhäuser bis auf eins eingenommen, oder? Ja, Bazzini fehlt noch. Spiele Fortschritt. Wir müssen noch Capo werden. Vielleicht sollten wir jetzt doch mal eine Mission wieder machen. Ich würde mal gucken, irgendwo war doch hier, auch wie weit man überhaupt insgesamt schon vorangekommen ist. Verbrecher Fortschritt. 76% der Mission. Okay. Mordaufträger haben wir noch nicht mehr die Hälfte der Erpressung. Sind wir fast durch. Wo ist der Unterschied zwischen Lagerhausen und einer Drehscheibe? Hm. Pickups 75%. Oh, wir haben schon über eine Million Dollar. Oh, wir haben schon über eine Million Dollar. Ich würde sie geben. Oh. Oh. ok da bleibt uns natürlich viel noch zu tun theoretisch als wäre ich natürlich nicht alles noch machen da wie es auch egal ob jetzt alles hier öffnet wurden mein gott es 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 Oh, das fährt! Ups, das ist ein Bulle gewesen. Ich führ diesen Truck. Oh mein, oh mein! Ach, das ist die andere Seite, ja. Theoretisch könnten wir auch mal durchfahren und uns den Mordauftrag vornehmen. Okay. Du wirst dir wünschen nie geboren sein! Zu Hölle! Dafür bezahlst du! NOOOOO! Ja. Hey, halte das Auto auf! Also wenn sie sich hier in der Filmrolle versteckt, weiß ich nicht, wer geht denn hier schon zu freiwillig hin? Achso, nee, das ist nicht der Dealer. Was ist? Sind wir im Geschäft? Nein, kein Bedarf. Toll, dafür kommt die her. Wie komme ich denn zur Carnegie Hall? Was zum... Oh, tut mir leid. Was wollen sie denn machen? Mich aufhalten? Oh! Hey, halte das Auto auf! Ich glaube, ich muss jetzt hier hinfahren, ne? Ich hoffe, wir schaffen das dann trotzdem noch mit dem Bandenkrieg hier. Okay. 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 Keinach. 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 Ah, 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 ah. Fertig, fertig! Jetzt schnappen dir! Puh! So, Karate, wo würden wir denn jetzt hinkommen, wenn wir hier durchfahren? Da können wir auch da den nächsten Modauftrag abholen. So, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, nee, nee, ne, bisschen gern. So, warte mal, warte mal. So, warte mal, 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 warte mal. Nein, nein, nein... Müssen wir ja schon mal ausnutzen hier, ne? Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Ach genau da! Ich habe irgendwo eine Filmrolle versteckt, mein Freund. Noch nicht 50, aber fast. Könnten wir schaffen. Die habe ich dir zurückgelegt. Kein Bedarf. Ein komplett leeres Lagerhaus. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig hier. Ob wir nochmal hier herkommen. So eine Mission. Ist wahrscheinlich, ne? Dann hauen wir mal wieder ab. So, die Ecke ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, sinnlos. Die Ecke ist auch ein bisschen merkwürdig. 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 Hä? Die Ecke ist auch ein bisschen merkwürdig. 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 Das war cool. Okay, wir müssen erstmal hier wieder weg. Ich muss den Bandenkrieg noch über mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Spitz, sehr bedanke mich. Bis dann.